so fangen wir halt von ganz vorne an jetzt hier keine öffentliche lobby raubt einen gepanzerten laster aus wenn du keine wiederbelebung und man kriegt dann ein bisschen geld dafür ach so jetzt kann ich auch andere auswählen oder was hä wieso kann ich jetzt ach boss und das andere ist halt halt jetzt habe ich den wieder ausgewählt jetzt kann ich aber auch zurück jetzt wieder kann ich den anpassen irgendwie jetzt schaufel pistole und backstein das ist für quatsch kann ich die nicht anpassen die anderen scheinbar nicht das ist aber auch bloß team du musst glaube ich mal was team gut egal ja wir starten jetzt einfach ich bin mal gespannt ob das besser ist als payday 3 war nicht payday 2 auch von 505 games ist einfach direkt schon die cops da oder was kannst du den truck aufmachen alter ich muss die empfindlichkeit höher stellen das ist ja schon wieder grauenhaft jetzt noch mal ach die ist schon trotzdem langsam eine hier mausempfindlichkeit ja und wie ist es ganz schön lang was es geht braucht lang um sich umzudrehen steuerung aber es ist nicht empfindlichkeit oder was was ist was ist Ich glaube, es ist einem bloß eine Brechstange und eine Pistole. Ja, wahrscheinlich weil du. Dann starten wir nach. Deine Säge ist schon durch? Ja. Sind da noch Cops? Aktuell sehe ich keine. Okay. Ähm, kann ich jetzt alles auf einmal nehmen? Ach ne, meine Tasche ist irgendwann voll. Kann das sein? Okay. Das sind wieder Cops. Das dauert Gott sei Dank gar nicht lange, die Tasche zu füllen. Naja, wenn du Gold nimmst, ist es bei mir nach zweimal voll. Nach zwei so Dinger. So, Transporter ist leer. Wo muss ich das jetzt hinbringen? Ne, zu unserem Transporter. Vorsicht, da sind ein Haufen Cops, Alter. In meinem Transporter ist noch einiges drin. Ja, ich... Lass mal kurz nachladen. Oh, man kann die Knarren von denen aufnehmen. Echt? Ja. Muss mal gucken bei den Cops. Wenn du da hingehst, da steht, kannst du F drücken. Du hast noch beide Seiten in dem Truck aufgemacht, ja? Wie auf beiden Seiten. In dem Truck, wo was klauen ist, auf beiden Seiten sind die Firma bei mir. Ach so, ja, ja. Das hab ich gemacht. Okay, bei mir ist immer noch was drin. Alter, irgendwas hat mich getroffen. Ein Taser-Typ hat mich getroffen hier. Oh fuck. Alter, was? Da sind irgendwelche Roboter hier. Kannst du mich aufhüben? Gerade schwierig. Was ist er denn für einer? Warte, warte, warte. Oh, nee, ich komm hier nicht raus, Alter. Das sind übelst viele Roboter. Ich kann's gleich versuchen, aber... Entry Team ready to engage. Ich verstehe auch nicht, wieso ich bloß eine Pistole habe. Ja, wahrscheinlich, weil ich den Boss genommen habe. Und für dich bleibt da nur noch... ...der andere übrig. Okay, bei mir ist immer noch nicht leer, der Truck, ne? Warte mal kurz nach. Kannst du nicht eine Knarre von denen aufnehmen, irgendwie? Ja, hab ich jetzt gemacht. Hier, guck mal, der hat doch zum Beispiel ein Sturmgewehr, der Truck. Okay, jetzt ist der Leerland fertig. Okay, 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 dann weg. Ich nehme Munition von denen auf, automatisch. Okay, man muss erst mal reinkommen. Ja, ich... ...war jetzt... ...bisschen strange mit der Charakterauswahl, um ehrlich zu sein. Ich muss dann jetzt gleich nochmal gucken, wegen... ...diesem Teammitglied. Wir haben zwei Wiederbelebungen verwendet, okay. ...team. Okay, gut, du hast mehr gestohlen, weil du jetzt noch das genommen hast. Du hast sieben Tötungen. Gut, wenn du nur eine Pistole hast, ist ja Mist. Ja, ja. Also, was haben wir gesagt? Lagerhallen. Ja. Jetzt sagt er aber, verwende maximal vier Wiederbelebungen. Ja, der hat wahrscheinlich immer wieder was anderes als Mut. Okay, wir können es ja trotzdem mal Stealth probieren, oder? Ja. Ach, ich kann hier vor der Mission auch nochmal anpassen. Okay, das ist gut zu wissen. Da hattest du vorhin wahrscheinlich den Fall schon ausgewählt, oder? Das vermutlich, ja. Bist du bereit, ja? Ich bin bereit, ja. Aber hast du da jetzt einen Schalldämpfer drauf? Nee. Auf deiner Knarre? Das sah gerade so schallgedämpft aus. Also, das Menü ist noch ein bisschen verwirrend, finde ich. Und das, ja, vielleicht ändert sich da ja noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, zu spiel ist da gerade erst rausgekommen. Ja, ich glaube, das gibt es schon länger im Epic Store, aber auf Steam ist es halt jetzt erst rausgekommen. Ach, mit Kuh werfe ich den Backstein, oder was? Ah, ja. Warte mal, heb dir mal Backsteine auf für die Kameras. Nee, nee. Die laden automatisch wieder nach. Oh. Da hast du quasi unendlich dabei, so wie es aussieht. Ah, das ist eine Kamera. Können wir unendlich viele Kameras... Da drüben ist jemand, kann ich den markieren? Da, ah, somit. Mit mittlerer Maustaste kann man Leute markieren. Okay, also quasi wie bei Payday. Und ich glaube, du musst mit V von hinten boxen, oder so. Was machen wir jetzt? Warum? Warum sind die Guards on high alert? Weil da einen umgebracht hast, wahrscheinlich. Okay, wo müssen wir denn hin? Zu unserem Truck da hinten wieder. Da scheint ein Zivilist zu sein, oder sowas. Kann ich die Leiche in unseren Truck schmeißen? Offenbar. Vorsicht, da ist eine Kamera. Weg, weg, weg! Was machen wir denn das hier? Konntest du das hier klauen? Nee. Ja, warte mal. Wollen wir nochmal... Kann man das neu starten? Man kann nur aufgeben, nicht neu starten. Ich würde es nämlich schon ganz gerne mal Stealth probieren. Ja. Oder wir gucken uns erstmal an, was wir hier machen müssen. Ja. Wir müssen quasi die Kisten aufboxen. Welche Kisten? Also ja, ich habe jetzt schon mal zwei... Ah, da, okay. Aber was suchen wir denn? Ich habe keine Ahnung. Irgendwelche Wertgegenstände anscheinend. Ja, Gold. Alter, ich habe es gar nicht vorgekriegt. Okay. Jetzt kommen die Kops. Ach, da ist ja noch mehr Gold. Ja, da waren vier so Kisten voll mit Gold. Also wir haben wohl jetzt genug, um abzuhauen. Ja, Mann, das ist alles gut. Ja. Okay. Ich habe ein paar Kops erwischt. Oh, ich glaube, da kommt schon wieder neue. Alter, hier ist noch mehr Gold. Oh, wir haben schon ganz schön viel. Jetzt ist er voll. Hä? Achso, wir könnten jetzt abhauen. Wie viel hast du noch? Ja, ja, wir sind noch bestimmt zwei Taschen oder so. Okay. Da kommen schon wieder Kops. Aber wenn hier die dick gepanzerten Kops kommen, bist du weg, ne? Ja. Ich habe nur eine Pistole. Eben mit dem Maschinengewehr ging das ganz gut, aber... Auf jeden Fall habe ich jetzt auch meinen Boss. Okay, perfekt. Da kommen welche rein. Hast du den? Ja. Eine Tasche haben wir da noch. Ja. Okay, ich komme noch mal mit. Einfach zum Deckung geben. Hast du die Tasche? Ja. Bist du beim Auto? Ja. 37.000? Ist aber ein bisschen wenig. Okay, das war jetzt schon mal wesentlich einfacher mit meinem Boss, Alter. Ja. Ich würde das fast nochmal probieren. Ja. Aber ich würde es erstmal tatsächlich auf normaler Schwierigkeit spielen. Ja. Dass wir da so ein bisschen reinkommen und mal so ein bisschen... Wir haben trotzdem drei Sterne. Wir haben ja maximal vier Wiederbelebungen, haben wir ja auch geschafft. Also machen wir nochmal die gleiche Mission, ja? Ja. Warte mal, ich will mal eine andere Waffe ausprobieren. Ich weiß halt nicht, ob man alles Stealth machen kann. Aber gut, eine Kamera... Also jede Aktion löst oben so ein Ausrufezeichen aus. Oder was? Also kaputte Kamera hat auf jeden Fall so ein Ausrufezeichen oben ausgelöst. Okay. Ich glaube, dieses Blau-Grün und so, das macht, glaube ich, gar keinen Unterschied, oder? Das wird die Seltenheit sein, keine Ahnung. Ähm, äh... Ich nehme jetzt mal die Maschinenpistole und gucken, wie gut die ist. Das sind irgendwie alle scheiße. Ja. Keine Ahnung. Salve. Aber die DLC-Sachen, die DLCs waren ja alle dabei jetzt, ne? Ja. Keine Ahnung, probieren wir mal die aus. Maschinengewehr geht immer. Aber da gibt es auch eins mit Zielfernrohr, ne? Maschinengewehr, hast du das? Ach so, äh... Ja, das Zielfernrohr weiß ich aber nicht, das ist dann... Ja, das ist okay, das zoomt nicht. Sondern du hast dann einfach nur so ein Fadenkreuz, wie vernünftig ist. Echt? Okay. Dann schauen wir mal. Okay. Ich glaube, das hatte ich nämlich eben auch. Also, V ist ja Nahkampfangriff. Also, wir probieren es ja nochmal aus. Ja, komm. Ist das jetzt wieder Lagerhalle, oder? Ja, das heißt zumindest Lagerhalle. Hey, aber ich habe nicht von Anfang an eine Knarre in der Hand, oder was? Nein. Wir starten jetzt woanders. Ist das wie bei Dings? Warte mal. Ja, du musst die Maus bedrehen und dann, wenn es zittert, musst du bei der linken Maustaste drücken. Da ist eine Kamera. Da sitzt einer. Warte mal, ich probiere den mal. Ja, ich gehe schon mal weiter zur nächsten Kisten. Hier ist was. Noch offen zwei drinnen. Warte mal. Ich habe hier Zeug, also wenn die nicht, ja, wenn die nicht hierher gucken. Aber, warte mal, ich will jetzt, ich muss das jetzt mal testen, wie ich, der eine steht jetzt auf. Also, ich glaube, ich muss ihn von hinten boxen und dann... Was ist die Kamera? Aber du hast eine Guard ausgeschaltet und das hat jetzt... Achso, du hättest irgendwie noch einen Pager beantworten müssen oder irgendwas? Nee, warte mal. Ich gehe jetzt nochmal hinter ihn hier und dann gucke ich mal, was da... Ja, aber es kostet es wahrscheinlich wieder oben ein Ausrufezeichen. Ach, F ist überwältigend. Ah, okay. Und dann kostet es auch kein Ausrufezeichen oder was? Äh... Glaub nicht, nee. Weil mit V ist ja richtig schlagen, da bringst du sie quasi... Ach, Kameras deaktivieren. Echt? Äh, it's ja easy. Ja. Wollen wir die Leiche noch mitnehmen? Was klauen wir denn da eigentlich? Ist das Koks oder was? Keine Ahnung. Vielleicht ist es doch einfach Müslü. Sieht nicht aus wie Koks, weiß nicht. Ah, nee, äh, Pillen, Ecstasy, irgendwas wahrscheinlich. Keine Ahnung, aber Koks ist doch... Das sind doch so weißes Pulver. Ja, Koks ist weiß. Ich hab das jetzt gerade verwechselt. Auf jeden Fall irgendwelche Drogen anscheinend. Das waren jetzt nur die zwei Guards? Okay, ich sag mal, wenn man weiß, wie man was machen muss, wie man jemanden ausschaltet... Wir hätten ja eben auch... Das hätte ja kein Ausrufezeichen gekostet, wenn ich gewusst hätte, dass ich F drücken muss. Ich hab ihn halt geschlagen. Und Baseballschläge. Naja, also wir wissen jetzt F drücken hinter denen, dann kann man sie überwältigen. Das ist dann die Frage, wie viele kann man überwältigen? Und ob sich alle überwältigen lassen. Gut, vielleicht wenn man eine höhere Schwierigkeit einstellt, dann... Achso, ich geh übrigens immer von der Seite ran. Oder hast du die Kamera ausgeschaltet? Ach, die sind alle ausgeschaltet, stimmt. Wir haben 86% der Beute. Ja, wir nehmen 100% mit, oder? Ja. Guck ich dann aber nochmal, ob noch irgendwas... Wir haben jetzt schon über 90% der Beute. Und ich hab noch eine Tasche hier. Ja, aber es gibt doch Schind. Ich hab keine Ahnung, aber ich denke, das war's. Ja, ich guck trotzdem nochmal kurz rum. Ach, das ist ja alles easy gerade. Ein bisschen Level erkunden. Also man startet auf jeden Fall nicht immer an der gleichen Stelle, so wie es aussieht. Ah ja, und hier gibt es auch Zivilisten anscheinend. Ja, Zivilisten hab ich vorhin auch gesehen. Und hier gibt es noch so ein Nebengebäude, ob da auch was drin ist. Oder drin sein kann. Nee, da ist ein Zivilist auf jeden Fall. Okay, scheinbar gibt es tatsächlich immer nur so viel, dass du halt 100% hast. Extra Cash und sowas gibt es hier nicht. Ja, guck mal, wir hätten übrigens auch hier das Rolltor aufmachen können. Ah. Schade, dass es kein extra Cash gibt. Ja. Und dann hauen wir ab, oder? Ja, oder willst du das nochmal kurz bei einem Zivilisten mit dem Überwältigen probieren? Geht das bei denen auch? Mit Sicherheit. Machen wir denn mal einen stehenden Zivilisten, oder geht das auch mit Sitzenden? Hier ist einer. Der da ist auch einer. Okay, du musst Qua- also du musst F drücken. Und dann geht da eigentlich auch noch ab. Ja, okay. Und dann kann man auch noch folgen lassen. Ja. Okay, dann lass uns mal abhauen, bevor hier noch jemand den Zivilisten sieht. Kann man die auch von vorne anbrüllen, die Zivilisten? Nee, oder? Nee, nee. Also du kannst da von vorne boxen mit F wahrscheinlich, aber... Okay, ja. Okay, wenn man es erst mal verstanden hat, dann... Ja, ja, es ist halt immer so ein bisschen... Muss erst mal reinkommen. Ja. Okay, man kann sich entspannt wegfahren hier. Einen Wachmann umgebracht. Ja. Und den anderen gefesselt. Aber haben wir... Na, wir haben mindestens 90 Prozent. Das hat man ja eben angezeigt bekommen. Aber irgendwie ist es nicht gelb, aber es ist ja vorne ein Haken dran. Ja, und saubere Ausbildung haben wir scheinbar auch. Ja. Und dann... Ja.